. So, meine Damen und Herren Bayern-Miger, heute der Haupt-Tibet-Kampf. Wir sind etwas später dran, aber das macht nicht. Die Kämpfer werden trotzdem warten. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, die Gäste von TV Braunstein. Eine Mannschaft, gewischt, hervorragende Jungarbeit, deutsche Spitzespannter und internationale Top-Athlete. Wir haben gesagt, für uns ein Geheimfadorid, eine Mannschaft, die schwer auszurechnen ist. Herzliches Grüß Gott in TV Braunstein. Und schon geht's weiter. Meine Damen und Herren, der ist Cesaria, die ist mir organisiert. Der ganze O-Biz von den Vereinträgern. Wir werden alles versuchen. Wir begrüßen Sie in der Gewichtskasse in 57 Kilogramm. Abdel Basiker in Berlin. Sieben und 50 Kilogramm im Freierspiel. Jusuf Mohamed Freistell gegen Abdel Basiker in Berlin. Geheimfadröcher Geheimfadröcher Missy! 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 Die Runde ist eine Runde. Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten! Arbeiten, 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 Ar Vielen Dank. 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 Vielen Dank.